Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring und wir rasten gerade hier und wollen eigentlich auch gar nicht so viel machen, hier mehr, denn wir haben in der letzten Folge sozusagen all das geschafft, was wir schaffen wollten, in dem wir gar nichts geschafft haben, sie sind nur rumgegangen und haben geguckt, das war's. So, hier sind irgendwie nur Zombies überall, könnte es auch egal sein. Das war mal der Reiter, wir gehen jetzt mal hier hoch, weil hier sind wir letztes Mal nicht weiter gekommen, beziehungsweise haben wir uns ablenken lassen durch was ganz anderes. Eigentlich wollten wir uns gar nicht ablenken lassen, haben aber doch gemacht. So. Das da drüben haben wir eingesammelt alles, da brauchen wir nicht mal hin. Da waren wir schon. Da hängen ein paar Leute dran. Und hier hängen diese Pokémons da, diese, was immer das ist, raus. Die krabbeln sogar hier rum. Okay. Die kann man auf jeden Fall zerstören? Können die alle zerstören? anscheinend. Nur die Frage, was das genau ist. Warum stehen die alle so? Hier, der Bild ist ja auch irgendwas. Siegelgefängnis des Bluthundes. Was heißt denn das? Warte mal, da gehen wir mal nicht drauf, das sieht so ein bisschen gefährlich aus. Aber ich will was testen. Warte mal, wie viel kriegen wir denn von den 78? Aber jetzt ist nicht so viel. Oh, ich gebe auf jeden Fall viele Ruinenfragmente. Würde ich überhauchen können, wissen wir immer noch nicht so genau. Da gehen wir mal runter, das ist nicht so schön. Wie kann ich denn diesen Stampfer machen? Frage ich mich. Äh, nein. Aber wie kann man diesen Stampfer machen? Verstehst du nicht? Hm-mm. Verstehst du noch nicht? Wie kann ich denn diese Stampfer-Dinger-Attacken machen? Das würde mich mal interessieren, weil sonst bringt mir das alles gar nicht. Na gut. Sollen wir mal ins Gefängnis reingehen oder was ist das? Stehen da. Vision hier vor den Kopf. Hä? Untersuchen. Siegelgefängnis betreten. Machen wir mal. Guck, was da drin ist. Oh. Okay. 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 Der haut schon ganz gut rein, der gute. Blut-Hund-Ritter Darriville. Hm. Ort der Wiederbelegung, Marikas Fall. Letzter Ort der Tade. Hei, hei, hei. Der klatscht ganz gut rein da, der gute Mann. Okay. Also vielleicht gehen wir da jetzt noch nicht rein. Das ist glaube ich wieder ein bisschen zu hart. Aber wir können mal mit dem Pferd weiterreiten. Ich will ein bisschen mehr von der Karte sehen, bevor ich hier irgendwelche Supergegner mache. Und das würde mich mal interessieren. Und was sagt ihr? Ich will unten noch was finden. Komm, wir laufen mal da links. Gucken wir mal, ob wir von der Karte auch noch was finden. Oh. Ach, guck mal, da unten geht es eigentlich nur weiter in eine neue Festung oder sowas. Wir sollen versuchen da durchzukommen? Wir versuchen das mal. Wache voraus. Ja, sehe ich doch. Da sind ja jetzt keine schweren Wachen oder sind da oben irgendwelche Bogenschützen? Können wir euch nicht vorstellen. Oh, was war das denn? Ach. Okay, okay, okay. Ich habe es nicht gesehen. Heieiei. Okay. Das Ding schießt einfach mal fette Pfeile auf uns. Was sehr, sehr uncool ist. Okay, da geht es unten runter. Können wir da durchreiten, ohne dass wir getroffen werden? Okay. Ach, schau mal an. Halbinsel der Tränen. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall was entdeckt. Okay. Okay. Mal. Junge. Okay. Mal. 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 Steinschwertschlüssel Ok Quasi nicht benutzen? Ne Schade Wahrscheinlich Wahrscheinlich sterbe ich gleich hier Ich sehe in der Seite links? Nein Wer sieht denn hier? Hallo? Ist jemand da? Ich könnte einen Moment öffnen? Klar Ja Ich bin sicher, was es ist Und meine Augenblick hat seit der Geburt Siehst du? Aber ich versuchte, habe ich gehört Schrecklich aus überall Mein guter Vater hat mich aus dem Kastel aber hat sich selbst entschieden zu bleiben Er sagt, es ist seine Aufgabe Als Kommander Ich... Die Schwestern sind voll Wir sind seitdem für jeden von den Kampanien die ich mitgebracht habe Ok Sie haben eine Seine gebraucht Ich schaue, es ist nicht anders als Kastel 1 Bitte Ich empfehle dich Machen wir Machen wir Das ist hier so ein Wagen Bevor wir da runter reiten, lass uns doch einmal hier rasten Wir haben ja nicht mehr so viel Leben Wir haben ja nicht mehr so viel Leben Das können wir doch hier kurz rasten Dann sind vielleicht ein, zwei Gegner wieder da Was ja nicht schlimm ist Bis zum Morgen steht da Perfekt Gut Lass mal gucken gehen Das ist Irina, mit der haben wir ja schon geredet Das Materialien sammeln Nehmen wir auch gerne mit Ich weiß noch nicht wie viel ich tragen kann von den ganzen Kram Aber Das werden wir dann sehen Vorsicht vor starker Feind Ok, er da hinten ist der starke Feind Kann man nicht längst schleichen? An ihm vorbeischleichen? Zumindest bis zu dem Wagen da Da gibt es noch mehr Bastienblut Ich weiß nicht ob wir was gebrauchen können Nimm es einfach mal mit Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? 1, 2, okay. Ich gucke mal kurz, was das da hinten ist. Gucken wir noch, ob wir im Wagen was finden da vielleicht. Ich meine, ihn könnte man auch angreifen, aber wir haben ja so einen schon mal besiegt, aber schaffen wir es ein zweites Mal, ist die Frage. Also, auf Dauer werden wir ihn so oder so gegen die kämpfen müssen. Ein Morgenstern. Wir lassen den einfach mal in Ruhe da hinten. Und sammeln uns ein Kram ein. Nein. Was haben wir da verhalten hier? Die Kriegersache, mächtiger Schuss. Okay. Da unten lag aber noch so ein anderes Teil. Das bauen wir nochmal. Ja, okay. Da ist auch was. Und da ist auch was. Okay. Also, den Riesen da brauchen wir, glaube ich, nicht besiegen. Also, man könnte es tun, aber ich glaube, wir brauchen ihn gar nicht besiegen. Der gibt uns ja auch nur Punkte. Also, das ist nur. Der gibt uns natürlich coole Punkte, aber... Okay, dann können wir uns trinken kurz hier. Nee, ist ja nicht, ne? Da laufen ein paar Hunde rum, ja. Das ist auch nicht so wichtig. Da unten ist der Typ. Können wir einfach noch den Kopf von oben rauf springen und das Schwert durch seinen Schädel bohren. Das haben wir aufgefüllt, weil wir die ganzen, die ganze Schar erledigen können. Mitrinas Lilie. Ah, okay. Wo ist das Viehchen? Wo ist diese blöde Fliege? Da. Kacklibelle. Ja. Es gibt hier echt wahnsinnig viel zu entdecken. Das ist, also, ich muss zugeben, ich fühle mich so ein bisschen wie an Zelda, wirklich an Breath of the Wild. Erinnert jetzt nicht, ne? Gar nicht von der Optik her und so, also das auch ein bisschen, aber... Aber dieses Entdecken durchgehen, gehen einfach nur irgendwas angucken. Das ist einfach nur cool. Das ist wirklich cool. Ah! Wie fies war das denn? So ein Giftteil. Shit. Das war gemein. Das sah so wunderschön aus. Aber er ist tödlich. Hier sind ganz viele davon. Ich muss schon aufpassen. Man kann hier echt überall hin. Schaut euch das mal an. Wie verrückt ist denn das? Führer und Torrichter all jener, die zu den Wurzeln heimkennen. Okay. Da sitzt da jemand im Stuhl. Steinschwertschlüssel. Schon wieder so ein Steinschwertschlüssel. Also, für irgendwas wird es schon noch nützlich sein. Für was wissen wir nur wesentlich? Wäre schon cool, dass man das Pferd ziemlich früh bekommt, weil es wirklich weite Strecken sind, die man mit zurücklegen muss. Guck mal, hier unten gibt es auch irgendwas. Man weiß nicht, was es ist. Das sieht aber schon aus wie ein alter Friedhof. Oh nein! Okay, passiert nicht. Gucken wir mal. Okay, ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes, aber war es gar nicht. Ich brauche eine Karte hierfür, ne? Wir haben schon eigentlich entdeckt. Aber nicht, dass wir sie brauchen. Ich habe eine Karte. Da ist eine Tür. Kann ich aufhören? Tatsächlich. Gehen wir nochmal rein. Da ist sogar ein Katakomben des Fehlers. Komm. Dann werden wir direkt hier. Und gehen wir weiter. Das ist ein ekliges Viech gewesen. Das ist ein ekliges Viech gewesen. Genau aufpassen, wenn ich runterfällt, ne? Achso, man kann, okay, man kann jemanden herbeirufen. Das habe ich jetzt aus Versehen gemacht. Können wir auch aufmachen? Von einem Gerät versperrt. Okay, was steht hier? Hinterhalt voraus. Das war klar. Ah, okay. So ein Hinterhalt. Ah, das ist ein Hinterhalt, okay. Oh, wie viel fieser Hinterhalt. Aber, aber, hast du ja aber gesagt? Wir sind ja nicht weit weg. Können wir direkt nochmal reinrennen. Na komm. Mich würde mal interessieren, ich will nur was machen hier und zwar. Wir haben doch was anderes noch bekommen. Wo ist das denn jetzt hin? Aber das ist natürlich blöd. Wo haben wir das denn jetzt hingetan? Wisst ihr, was ich meine? Hm. Okay, man kann echt aufpassen. Dieses Blutding ist nicht cool. Ich lass mich nicht. Okay. So, wie ist es? Okay, kommt da noch einer von denen, ne? Da oben ist er. Griebertalilie, okay. Nahkampf voraus. Vorsicht vor Sackgasse, ja, toll. Da gehts einfach mal irgendwo runter. Hier gehts auch irgendwo hin. Mist. Viech, ey. Okay. Ich hole mal, okay. Rum voraus. Was, ja, rum voraus, was? Das hier sieht doch noch ein feisten Kampf aus. Oder? Oberfläche voraus. Falle voraus, hoch. Der quetscht einen auf jeden Fall, warte mal. Kann man da runter jetzt, runter irgendwo? Man kann runter, aber was bringt das denn, wenn ich unten bin? Hat er nicht erwartet, das Untergrund. Es wär der Hoffnung. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Warum im Überraschungsangriff? Okay. Aber ich komme ja gar nicht dagegen. Bin ich verkehrt. Ah, okay. Das ist ja gemein. Wie? Gibt es hier denn noch irgendwo, wo man hinkommt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hä? Aber wie kommt man denn wieder hier raus? Ist man denn jetzt für immer gefangen hier, oder was? Hä? Warum im Überraschungsangriff? Hat er nicht erwartet, ist der Untergrund. Okay, muss wahrscheinlich laufen. Okay, warte. Ah, ich werde wahrscheinlich sterben jetzt, aber was solls. Okay. Gut. Also man kann unten runter wahrscheinlich hüpfen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Boah. Was anderes wüsste ich gerade nicht, wie man es anders machen könnte. Okay. Okay, warte mal. Hier runter können wir nicht. Ich muss das glaube ich leider nochmal machen. Nein. Wenn ich das nicht mache. Nein. Wenn ich das nicht mache. Nein. Dann decken wir uns ein bisschen. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal unten runter. Müssen wir nochmal die ganze killen. Was ist denn so? Ah, komm schon. Ja. 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 Das Ding ist an. Ja. 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 Da sind wir einzeln fertig machen. Kommt dann Zeitlügmang gelaufen. da war wir nicht hin, das ist eine Sackgasse gewesen, aber jetzt müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. War das richtig? Anscheinend. Nein, 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 nein. Okay. Ah, schon wieder einer. Oh, nein. Nervig, nervig, jetzt haben wir wieder so viel Leben verloren. Oh, okay. Nein, ich in der Hand Wie viel kommt denn von denen? Müssen wir noch auf Platz sein? Jetzt kommen wir mehr, ne? Redekopf bitte helfen. Geht's mir noch immer mehr? Okay, kommen wir noch ein paar. Gehen wir mal hier hoch. Gucken, wo die da hinkommen. Das ist schon merkwürdig hier, oder? Okay, dann kriegen wir wahrscheinlich die Tür auf am Eingang. Vorsicht vor links. Okay. So, diese Tür ist jetzt auf. Die bleibt doch auch auf, ne? Okay, da kommt ein Boss. Fernkampfversuchen. Na toll, das sagt ihr immer. Okay, wir schauen uns den Boss noch an. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir werden es trotzdem mal anschauen. Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses. Okay, da wird zu wenig, zu wenig Leben gehabt, aber eventuell ist das, ist das Ding machbar. Ich meine, der läuft natürlich ein bisschen blöd rum, aber machbar müsste der sein. Okay, also der war ein bisschen hart. Wir gehen jetzt einfach mal wieder raus und werden erstmal uns, ja, hallöchen. Oh, wir lassen uns einmal hier gucken, ob wir erstmal noch woanders hin können, weil ich glaube, hier sollten wir auch gar nicht hin erstmal. Wir gehen auf die Karte. Wir können auch mal hier irgendwo hinreißen. Was ist das denn hier? Höhle ist Wissen, ist der erste Schritt. Gehen wir zur Kirche da. Weil ich glaube, wir haben, es ist einfach so, dass wir, da kann ich ein paar Sachen kaufen beziehungsweise verkaufen bei dem Typen und da müssen wir mal schauen, was wir machen, weil das ist ja schon ein bisschen, äh, bin ich denn jetzt, bin ich hier richtig? Bin doch gar nicht bei dem, doch, da ist der Verkauf, ah, okay. Guck mal, dann können wir an ihn ein paar Sachen verkaufen und kriegen ein bisschen Kohle zusammen, weil ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen, kann ich nicht mit ihm reden. Warum nicht? Und wer ist das hier? Noch so ein Geist? Und wer ist hier? Hallo. Meine Hexe. Äh... Ich kann das Spektral rausrufen. Ah, wie ich erwartet habe, wurde ich das für dich, von Torrents' former Master. Geister rufende Glocke. Okay. Asche der einsamen Wölfe. Okay. Okay. Mit der Glocke eines Geisterrufes könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen verbraucht gewöhnlich FP. Ihr könnt immer nur einen Geisterruf auf einmal herbeirufen. Im Mehrspieler-Platz-Team könnt ihr keine Geister herbeirufen. Okay. Okay. Kann ich nochmal mit ihr reden? Vergib meine Intrusion, die ich tarnischte. Ich wüsste, dass wir wieder treffen. Aber trotzdem. Erlehrt gut die Lande zwischen. Wie lange wird es, ich frage, bevor die tarnischte Tire der Basin zu den beiden Fingern? Äh? Vergiss sie. Okay. Warte mal, ich wollte einmal hier... Warte mal, in meiner Helligkeit hier was. Ich finde, das ist so mega dunkel. Ich glaube, so können wir es lassen, ne? Gut. Also Geisterleute, ich muss mal gucken, was ist denn das? Ah, raus hier. Ausrüstung. Da. Asche, ein Ruf 3, ein Wolfsgeister dabei. Jetzt kann ich jetzt einfach... Die kann ich jetzt herbeirufen? Asche, der einsame Wölfe. Nee, kann ich nicht. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Dann müssen wir vielleicht mal in den Metaar gucken. Asche, der einsame Wölfe. Trinas Lilie. Mit der richtigen Objekten, okay. Findet man immer selten, ne? Äh, da ist die Glocke. Eine Glocke, die verschiedene Geister aus... ...aus Aschen herbeiruft. Kann ich die... ...auch ausrüsten? Muss ich die wirklich hier reintun? Nee. Ist das eine Waffe? Auch nicht. Okay, jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ich könnte jetzt hier diese... Also hier kann ich sie nicht rufen. Vielleicht kann man sie auch nur in den Katakomben oder so rufen. Ist er jetzt wach wieder? Kann ich mit ihm wieder mehr reden? Ah, okay. Warte. Wollt ihr... Well, ihr seid zurück. Willst du etwas kaufen? Ich würde gerne was verkaufen. Was sind Werkzeuge? Hier, Herstellungsmaterial. Obwohl... Wir müssen ein paar Sachen noch behalten, ne? Aber von denen können wir doch ein paar verkaufen, hier. Obwohl, trinken auch nicht so viel, ne? Na gut, machen wir mal hier 30 Stück. Was hast du denn zu kaufen, hier? Okay, der wird schon ein bisschen Asche haben dafür, ne? Nee. Aber einen Bogen hat er, einen Bogen wäre ganz geil. Ne, ein Wurfdolch, okay. Ein Bogen wäre cooler. Hat er gar nicht, ne? Vielleicht muss man auch das... Vielleicht muss man das auch hier irgendwie erst... Zauber lernen? Ne. Gibt's nichts, okay. Kriegsasche. Mit Melina sprechen? Wollen wir reden? Oder ist sie? Okay. Ich hab da ja nichts. Fehlt mir noch ein bisschen zu wenig. Okay, also das haben wir, aber... Mich würde interessieren, wie ich diese Wölfe da... Oder kann ich die... Hier gar nicht... Kann ich die hier draußen dann vielleicht benutzen? Hä? Hä? Okay, warte mal. Muss man doch irgendwie dann was ausrüsten hier? Hm. Das geht, aber wo ist denn diese blöde Glocke da? Bitte helfen. Okay, ich weiß nicht, wie man diese... Wie man... Was ist denn das für eine abgefahrene Glocke, die ich nicht mehr nutzen kann? Da ist sie. Muss man wegwerfen? Muss man nutzen? Schleifmesser. Geisterrufende Glocke. Also... Verstehe ich nicht ganz. Muss ich zugeben. Wie das funktioniert. Bin ich auch mal zu blöd. Ausrüstung. Also es ist jetzt ausgerüstet. Aber ich kann es nicht nutzen. Oder wie funktioniert das jetzt hier? Ich verstehe das nicht. Ausrüstung haben wir doch. Status. Status. Eine Glocke, die verschiedene Geisterarschen hervorrufen kann. Verbrauchst du für mich? Geister können nur in der Nähe eines Wiedergeburtstenkmals errufen. Ist das hervorragend möglich? Seht ihr, das hängt man so wohl unten... Ah, okay. Ihr könnt nur noch eine Art von Geister. Okay, okay. Man kann es also nur in bestimmten... Ah, okay. Gut. Ich würde dir ganz gerne mal sehen. So, wir haben uns ein bisschen hier durch die Gegend gekämpft. Aber ich würde sagen, das reicht dann erstmal für heute. Und wir gehen beim nächsten Mal, gehen wir nochmal weiter rum und schauen uns alles an. Denn ich glaube, wir müssen wesentlich mehr entdecken und auf jeden Fall noch aufsteigen, bevor wir hier irgendwie Bosse oder irgendwas machen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.